Willkommen zurück hier am Mittwoch zu Wir Spielen. Don't Darf hier auf Wir Spielen ist. Und wir haben ein Problem. Wir müssen rennen, und zwar so schnell wie es geht, nach Hause. Denn es wird Nacht. Und wir haben Hunger wie Sau. Da muss ich ja sagen, da müssen wir ja normalerweise gleich was essen. Okay, gut. Gut, wir haben in den letzten Part auch diese Eis angegriffen. So, ich glaube, ich muss das essen nicht, dass der mir hier noch verhungert. So. Das brennt hier einfach noch so weiter, wie wir das verlassen haben. Warum nicht? Das ist meine Güte. Ich frage mich, was hier los ist. So, erst mal essen. So, ich glaube, das soll erst mal reichen. Was ist denn das hier, bitteschön? Was ist das, bitteschön? Ach, das kann man pflanzen? Und dann, aha, ich verstehe. Ich verstehe. Was ist das hier? Achso. Äh, ich verstehe irgendwie. Und was ist das hier? Root. 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 Scheiße. Yuck, das wird terrible. Das denke ich auch, dass es terrible war. Ach, scheiße, Alter. Wir müssen in diesem Part noch ein paar Dinge machen. So, und zwar. Was ist das hier? Echsemein. Jetzt Scharp. Also ein Houndstuf. Und wir sehen schon wieder diese Augen. Meine Güte, habe ich Angst davor. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Schaut da hin. Ein Geist in der Erde. Das habe ich befürchtet, dass der irgendwann kommt. Da seht ihr ihn. Genau da. Aber er kommt nicht weiter. Denn man sieht es hier. da kommt doch weiter. Hilfe. Oh, das sind einfach nur Illusionen. Ich denke mal schon, dass der uns noch eines Tages zum Verhängnis wird. Scheiß, die Wandern. Fuck it, jetzt habe ich das verbrannt. Ich bin so dumm. So hohl im Kopf. Oh, shit. Ich habe schon ein bisschen Angst davor. Denn so schnell aufgeben? Nee. Never ever. So. Wir müssen mal kurz mal schauen. Was kann man hier neu bauen? Tooth-Tap. Boah, was ist das? Pops up and bites whoever steps on it. Okay. Wollen wir es mal bauen? Aha. Okay. Ist vielleicht auch ganz hilfreich. Das heißt, wenn wir da reinlaufen. Normalerweise. Na okay, gut. Bei uns bringt es das nicht. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erst mal dorthin da. vielleicht gibt es ja noch ein bisschen Essen. Wäre zumindest cool. Shit. Das hat es jetzt gebracht, ja? Also, ja, wir werden das schon noch schaffen, diese Nacht. Spätestens diese eine. So, aber lasst uns erst mal auf den Weg gehen. Denn ich brauche Ja, was brauche ich denn? Ist eine gute Frage. Vielen. Okay, gut. An dem gehen wir mal vorbei. Ich denke, es ist keine gute Idee, wenn wir da so lang laufen. So. Wir brauchen Steine. We need stone. Ach, da hinten sind noch ein paar. Ich hoffe, dass da noch welche sind, die noch vollständig sind. Ja, ja. Prima. Die brauche ich. So. Hier kommen dann zwei goldene Steine raus. Normalerweise. Normalerweise, ja. Okay. Das sind... Wie viele sind das? Zwei... Woah. Shit, 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 shit. 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 So, Achtung. Ich habe eine Taktik. Oh. Ganz spannende Folge jetzt. Jawoll, Mann. Das haben wir geschafft. Jawoll, Mann. Meine Güte. Was ist das bitte für eine Folge? Die ist einmal richtig spannend. Meine Güte, ich wäre fast draufgegangen. Oh, shit. Oh, shit. Wir gehen nicht dorthin. Denn diese Dinger, ich sage euch, sind scheiße. So. Noch ein paar mehrere Steine mit. Gut, die ist jetzt auch zerbrochen. Ist egal. Das heißt, wir könnten theoretisch noch ein paar Spinnen ärgern. Jawoll. Oh, was? Oh, shit. Oh, 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 shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich werde gleich sterben. Ah, Hilfe. Weg, weg, weg. So, zieht euch wieder zurück, kommt. Lasst mich in Ruhe. Okay, du hast es nicht so gewollt. So, wir müssen zurückgehen. Shit, shit, shit. Oh, scheiße. Meine Güte, was war das denn schon wieder für eine Folge? Und ich habe langsam das Gefühl, dass diese Folgen immer spannender werden. Denn es kann wirklich langsam sein, dass wir irgendwann draufgehen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir irgendwie heimkommen. Oh, shit, oh, shit. Wir wollen noch ein bisschen Essen mitnehmen. Scheiß, sie wandern. Wo ist diese Fackel hin? Ach, da. Okay, gut. Oh, shit, oh, shit. Jawohl. Noch ein leckeres Essen. So, und jetzt noch schnell wieder zurückgehen. Ist da was drin? Nein? Hier? Auch nicht. Gut. So. Das heißt, wir müssen jetzt... Mann, das ist zu wertvoll. Das auch. Shit, wir haben nichts mehr, womit man noch Feuer machen kann. Okay. Wir haben ja immer schon mal zwei Netze. Und wir müssen unbedingt Essen machen. Und ansonsten gehen wir noch irgendwann drauf. So. Zum Glück haben wir uns... Haben wir die Spinnen abgehängt. So, dann essen wir das mal schnell. So, das war's aber auch schon wieder. Ach, damit können wir uns heilen. Mega geil. Ich glaube, das mit dem Heilen ist, denke ich, gar keine so schlechte Idee. Denn man muss sagen, wir haben nur noch 27% vom Leben. Und ich muss das letzte Holz auch noch verbraten. Denn ich möchte ja noch irgendwie durch die Nacht kommen. Gut, ich glaube... Okay. Gut. Wir haben ja ein Netze. Das können wir zum Glück nicht verbrennen. Aber ich werde dann... Was wollte ich dann machen? Ich weiß, es schaue ich nicht mehr. Oh shit, Leute. Ich sage euch. Rabbid... Äh... Irmuffs. Okay. Strawhood. Buffalo Head. Top Head. Okay. Da müssen wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer damit auseinandersetzen. Und ich sehe... Die Folge ist auch schon wieder vorbei. Das war's schon wieder von mir. Wenn's dir gefallen hat, gibt einfach einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann am Freitag-Video... Video... Ähm... Nein, nicht Video. Wieder. Macht's gut. Und bis dann, das war euer Ju mit Wir Spielen Don't Starve. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.